so einen wunderschönen guten morgen und herzlich willkommen zurück zum market roundup wir hatten eine kleine pause aber wir starten wieder durch das heißt ab jetzt gibt es wieder jeden dienstag hier alles neue rund um das was so am markt geschieht geschehen geschehen wird ein paar ideen rund ums thema trading wir starten direkt rein und für alle die schon länger dabei sind oder dabei waren wir wissen es wir starten mit einem blick auf den dax denn der dax steht so leicht vor einem neuen allzeithoch kann man sagen wir haben hier ein ganz schönes chartbild was sich abgezeichnet hat also wir sind jetzt hier ungefähr ja bei diesen 18.770 18.800 punkten wir bewegen uns also in den nähen in regionen dass wir bald wieder in richtung knapp 19.000 wandern könnten grundsätzlich unterstützt wird das ganze durch einen jahr langfristig positiven trend den wir natürlich sehen seit november das bild hat sich nicht verändert der rsi ist weiterhin auch in einem gesunden bereich wir haben wir nicht zu stark nachgekauft also sind weiterhin auch hier in einem ziemlich guten stetigen momentum was ja relativ gutes für sondern aufbau eines trends zusätzlich natürlich der fokus auf die ezb zinssenkungen die dann im juni anstehen und das ist auch somit das zweite größere thema für alle die mal ganz generell auf den dax blicken wollen denn trotz dieser guten positiven rallye die wir gesehen haben sieht man hier dass mittlerweile in video als einzelaktien mehr wert ist als die gesamtmarkt kapitalisierung aller aktien aus deutschland also man kann sich das so vorstellen dass halt die gesamtmarkt von allem was wirklich börsennotiert ist was allen was irgendwie wert stiftet aus aktienunternehmen aus deutschland und man sieht das schön abgetragen hier ja in diesem blau weißen chartbild von bloomberg weniger wert ist als die einzelnen markt kapitalisierung des einzelnen unternehmens nvidia wer mehr dazu wissen will oder mehr sich auch noch mal mit nvidia beschäftigen will wir haben einige analysen dazu gemacht ein bisschen was dazu besprochen auch in unseren portfolios es ist aber ganz spannend wenn man so ein bisschen versucht zu abstrahieren warum ist jetzt diese eine aktie so viel wert insbesondere natürlich im vergleich zur deutschen börsenpolitik man sieht aber halt auf der anderen seite auch wie gering die markt kapitalisierung wirklich von deutschen aktien ist und wie gering der wert einer so großen volkswirtschaft im auf dem börsenparkett ist und wie dominant dann wirklich die us-konzerne hier an der stelle auch wieder sind mehr dazu mal wann anders wir gehen noch mal weiter in das zweite thema was ich gerade eben angeschnitten habe und zwar ist das thema ezb zinssenkungen und auch so ein bisschen die euphorie die aktuell den markt weiter trägt wir sehen hier die zehnjährige staatsanleihe also die bundesanleihe aus deutschland und da die rendite einmal abgetragen das heißt je höher die renditen hier in dem falle umso mehr rendite kann ich natürlich auch als anleiheninvestor aus dem markt ziehen und auf der anderen seite sehen wir das ganze abgetragen auf die erwartungen in den nächsten zehn jahren das ist immer ganz guter indikator weil dann wirklich langfristig auch hier was eingepreist wird und das ist ja das woran wir auf in aus investorsicht auch langfristig darauf blicken was wir ganz gut sehen können dass wir hatten dieses hoch was sich hier schon abgezeichnet hat anfang des mails als das ganze zinssenkung konstrukt insbesondere in usa sich so ein bisschen gewandelt hat und man nicht mehr mit diesen schnellen kurzen zinssenkungen rechnen konnte die anderen renditen sind damals hier aus diesem dreieck was wir mal skizziert hatten was ich auch hier immer schön angebahnt hatte mit den höheren hofs nach oben ausgebrochen hat er bei 26 ungefähr so den zenith gefunden ist danach wieder dann doch zurückgelaufen insbesondere in deutschland weil das zinsszenario hier eigentlich immer noch substanziell gleich ist bewegt sich aber seite ein bisschen in diesem korridor und was wir ganz gut sehen können deswegen habe ich ja mal diesen grünen trendverlauf eingezeichnet ist dass ich auch hier ja wieder so einen so einen kanal anbahnt also sehen auch hier wieder so ein leichtes dreieck mit diesem unterstützungs hoch aktuell bei dieser 2,6 position ein bisschen drunter hier bei dieser 2,6 position ungefähr und wir sehen ganz gut dass auch das wieder gegebenenfalls zu einem ausbruchs szenario führen kann und das insbesondere halt natürlich mit dem fokus wenn es wirklich zu zinssenkungen kommt aktuell ist der fokus sehr sehr stark auf dem 6 juni gestern auch noch mal verstärkt wurden aus von sprechern ja auch der ezb und dementsprechend ja hat es aktuell noch bestand und dem entsprechend könnte auch hier die zehnjährige bundesanleihe wieder etwas an wert verlieren oder an rendite verlieren gehen wir rüber zum s&p 500 und auch der ist an einem neuen allzeithoch man sieht es hier ähnlich zum dax sind jetzt hier bei 5300 punkten also mittlerweile auch wirklich nachhaltig über dieser 5000 punkte schwelle auch wenn sie hier zwischendurch noch mal nach unten gerissen wurde wir sehen hier eine ganz schöne w formation die sich eigentlich ausgebildet hat ein positives positive trend richtung die damit eigentlich aktuell noch mal verstärkt wird und das auch getragen von einem etwas wiederkehrenden optimismus gegenüber dem thema zinssenkungen ist so ein bisschen paradox weil es kommt aktuell auch daher dass die us-wirtschaft langsam anfängt etwas zu schwächeln und das ist auch so ein bisschen das konstrukt das sich aktuell abzeichnet das heißt wir haben einfach einen weitgehend starke inflation und dem mit eine weitgehend starke bewegung eigentlich in die richtung dass es keine so starken oder so schnellen zinssenkungen gibt das liegt einfach daran dass die us-wirtschaft extrem robust war immer mehr leute dann doch irgendwie ja höhere löhne erhalten haben der dienstleistungssektor weiterhin sich ausgebaut hat und dementsprechend auch dort weiter kapital für die unternehmen da geblieben ist also eine kleine inflations kurbel die sich da angedreht hat jetzt kehrt ein bisschen optimismus zurück dahingehend dass ja die zins die wirtschaft aktuell leicht anfängt etwas zu schwächeln was ist nämlich das große problem ja wir sehen es hier einmal abgetragen in dieser statistik jetzt sieht man einmal was wirklich der kern ist für die inflation also was treibt die inflation am allermeisten und wir sehen hier an der stelle ganz gut ja es ist weiterhin der dienstleistungssektor der sich hier als wirklich dominanten parametra zeigt das problem ist dass sich das energiethema wieder leicht gewandelt hat also wer kam ja von sehr sehr hohen niveaus die sind dann zurückgekommen und damit sprechen haben wir oftmals so einen gegenpol gehabt durch sehr stark sinkende energiekosten im vergleich zumindest zu dem was wir in den letzten ein zwei jahren gesehen hatten jetzt dreht sich das wieder so ein bisschen also wir haben wieder eine leichte inflations zufuhr oder leichten erhöhten hebel durch wieder steigende energiekosten das einzige was wirklich die aktive inflation noch nach unten zieht sind so ein bisschen die wirklichen güter die kosten für güter die hier negativen faktor haben also dienstleistungssektor ist das große thema und das ist halt insbesondere ein thema das auch dann noch mal verstärkt wird wenn die wirtschaft gut läuft und ja das ist das was aktuell so ein bisschen das zinsszenario gebremst hat wenn man aber an die langfristigen vorkast jetzt hier blickt das ist noch mal eine statistik von bloomberg in dem falle dann sieht man ganz gut ja wir sind auf höheren niveaus und wir sind auch deutlich schon zurückgekommen aber das was wirklich geplant ist jetzt bei den g7 staaten bis er oder in den nächsten jahren man sieht es hier mal abgetragen bis jahr 20 29 sieht man schon dass man doch zurückkommt in eine variante dass wir wieder deutlich sinkende inflation haben wir sehen aber übrigens auch dass wir nicht in die auf die niveaus zurückkommen die wir jetzt die letzten zehn jahre gesehen haben also alle die in hoher hoher erwartung sind dass wir vielleicht irgendwann wieder negativ zinsen sehen das zeichnet sich aktuell nicht ab und wir sehen wirklich diesen pinken verlauf den hier ja so eine ja doch abkühlung zeigt und dann eine relativ starke seitwärts laufen bis ins jahr 20 29 rein das ist natürlich jetzt ein weiter weiter forecast und wir wissen wie schwierig es überhaupt ist die inflation auch nur in kurzen zeiträumen wirklich genau zu bestimmen allerdings ist die erwartung und das ist auch so ein bisschen das was wir halt in den langfristigen zinsen jetzt von den treasuries sehen oder auch halt von den staatsanleihen in deutschland dass wir halt ein erhöhtes zinsniveau behalten und jetzt ist das wort so ein bisschen gefallen wir gehen mal darüber zu den us-staatsanleihen also den us treasuries und hier hat sich genau das szenario angebahnt was ich gerade eben beschrieben hatte also diese schnellen zinssenkungen die waren vom tisch wir haben deutlichen aufschwung gehabt wir sind wieder an ein niveau gelaufen wo wir ja von 5 oder 4,7 prozent im rahmen der renditen der staatsanleihen in den usa gesprochen haben allerdings hat sich dann doch wieder abgekühlt weil man dann doch wieder hoffnung schöpft dass wir in ein weiteres besseres szenario kommen zumindest für die aktienmärkte also es kommt wieder so ein leichter optimismus für zinssenkungen nicht unbedingt im juni aber im september auch wenn es nur kleinere schritte sind also und das hat getrieben durch eine etwas schwächere us-wirtschaft heißt wir sind jetzt zurückgekehrt unter diese 4,5 prozent marke aber auch hier bahnt sich halt so ein doppelläufiger kanal ein rein charttechnisch sieht man es hier diesen mittelfristigen aufwärtstrend aber lang oder längerfristig dann doch noch dieser abwärtstrend der dann wirklich hier in so einen zenit laufen wird und wenn wir das so ein bisschen weiter spinnen dann sehen wir ja okay das ist auch im rahmen ungefähr im august also dann wenn es ein bisschen konkreter wird was wirklich mit den zinssenkungen dann auch in den usa passieren könnte jetzt haben wir viel über inflations gesprochen aber wenn man das ganze wirklich auf leitzins veränderungen auch runter bricht dann sieht man dass die szenarien sich etwas gebessert haben also wir sehen hier die eingepreisten zins anhebungen die natürlich schon länger vergangenheit sind aber wir sehen die zinssenkungen die aktuell geplant sind und die vor vier wochen und da sieht man also ein bisschen dass sich das szenario aktuell zumindest in der fed wieder in eine positive richtung verwandelt während man etwas konservativer vielleicht wird bei der ezb blicken wir mal weg oder etwas weiter weg von den zinsen auf den dow auf den dow jones in dem falle und der hat ja so einen guten lauf gehabt man hat so ein bisschen in der markt breite also man spricht eigentlich vom markt breite impuls in dem fall und was sagt er uns ja das nicht nur die großen tech werte die sind die den markt wirklich weiter treiben sondern auch ja die größeren blutschips oder die die breitere masse des aktienmarktes die auch insbesondere so ein bisschen durch den dow jones abgezeichnet wird man muss es ein bisschen vorsichtig betrachten weil der dow jones an sich ja einen sehr sehr kleinen aspekt des marktes nur darstellt mit 30 titeln allerdings ist die unternehmensbreite etwas spezifischer als wenn man sich die spitze immer der s&p 500 anschaut und dementsprechend haben wir diesen impuls gesehen sind über die 40.000 punkte gelaufen was dann scheinbar auch zu einem ja eine relativ schnellen gegenmaßnahme hier geführt hat man sieht diese deutliche rote kerze die wir ja zum letzten freitag auch gesehen haben und ja mit diesem momentum eigentlich im verlauf der mitte der woche und was wir aber grundsätzlich hier festhalten müssen im mai hat mir trotzdem einen positiven impuls der markt hat sich ja aktuell auch wieder leicht gefangen sind größtenteils wahrscheinlich auch gewinn mitnahmen bei so einer wichtigen schwelle von den 40.000 aber natürlich auch impulse die getrieben wurden durch mal wieder ja gewinnen gewinne die ja auch die anderen oder breiteren aktien titel hier gesteuert haben was ich eingezeichnet habe und das finde ich an der stelle ganz wichtig nämlich hier diese w formation im chart das ist nämlich die ähnliche die wir gesehen haben beim s&p 500 heißt jetzt nicht dass der s&p 500 bald ähnlich auch hier genau diese kerzen zeigt allerdings kann man schon sehen dass er so eine formation auch erstmal einen gewissen bestand haben muss damit sich dieser trend in dem fall hier dieser w trend auch weiter fortsetzen würde hier sehen wir wie gesagt gerade eine konsolidierung wer aber vom markt breite impuls wirklich spricht der sollte auch mal auf die kleineren titel blicken in dem falle blicken wir hier auf den russell 2000 den haben wir öfter mal im blick weil wir ja doch auch schon länger dieses szenario hören ja der breite markt der kommt der breite markt der wird mal nachziehen wir werden nicht nur die großen tech konzerne sehen jetzt sehen wir an der stelle des wasser 2000 dass wir auch hier mal wieder einen ausbruch probieren für alle die es nicht genau wissen dass sie 2000 steht in dem falle hier die kleineren us-unternehmen da also die etwas kleineren caps die unternehmen mit den kleineren marktkapitalisierungen und die spregeln im kern dann wirklich die breite masse mal wieder also abseits von den blue chips und hier muss man sagen sehen wir ja eine lange phase in dem man sich hier in dieser seitwärtsphase wirklich befindet wir versuchen dann immer diesen kleinen ausbruch den haben wir jetzt einmal gesehen zweimal gesehen jetzt im dritten versuch und man muss aber sagen so ein richtiges momentum baut sich hier aktuell einfach noch nicht aus und das liegt auch ein bisschen an der profitabilität genau dieser unternehmen die haben halt sehr lange auch von wirklich guten finanzierungsumfeld gelebt und die hohen zinsen das sieht man an vielen stellen doch recht deutlich machen diese unternehmen dann doch zu schaffen und man hofft jetzt einfach auf einen etwas ja finanzfreudigeres umfeld also auf günstigere zinsen günstigeres zinsumfeld dass auch diese kleinen unternehmen die vielleicht nicht bergeweise an cash haben besser unterstützen kann diese hoffnung waren sich hier aktuell an ja aus diesem kleinen ausbruch der muss allerdings wirklich erstmal nachhaltig über auch diese 2100 er linie kommen damit wir hier mal davon sprechen können dass wir in diese region vielleicht auch nachhaltig zurückkehren was gibt es noch zu erzählen ja hang zeng da haben wir ja auch etwas länger nach die über diesen ausbruch aus diesem seitwärts aufwärts trend hier gesprochen der ist dann auch passiert in der zeit in der ich zwar nicht hier vor ort war aber wir haben dann doch einen deutlichen deutlichen aufschwung gesehen wir haben den deutlichen deutlichen momentum aufbau auch gesehen aus dieser zange hier raus also jetzt ich wirklich auf dieser impuls zwar erst mal nach unten abgebildet dann aber sehr sehr stark nach oben gedreht insbesondere natürlich durch positive impulse jetzt auch durch staatliche förderpakete durch eine hoffnung auf etwas nachhaltig bessere wirtschaft auch in china wir haben jetzt weder weitere förderpakete auch in der chip industrie gesehen und all das ist natürlich dient natürlich der ankurbelung auch ja hier des aktienmarktes der wirtschaft der souveränität am ende der chinesischen wirtschaft und danach gab es dann doch eine relativ deutliche konsolidierung die aber ja diesen trend lange lange nicht weg macht man sieht also wenn man wirklich in diesem trendvolumen hier bleibt hat man sogar noch ordentlich was an puffer auch zu dieser dieser unterstützungsidee die wir hier gesehen haben der rsi die immer zeigt ob der aktienmarkt gerade in einem zu starken momentum zu schnell gestiegen ist der hat sich wieder etwas weiter nach unten verbessert ist dementsprechend wieder in einem ganz gesunden umfeld oder bewegt sich zumindest dorthin und ja grundsätzlich also positiveres momentum gerade in china mal gucken wie nachhaltig ist dann am ende ist was ist ja in japan los beim nickel los auch hier können wir sagen bleibt der fokus eigentlich sehr sehr ähnlich wir sind weiter in einem eigentlich positiven umfeld wir haben noch geringere zinsen allerdings hatte man halt hier oft die hoffnung dass die schwäche des jens der insbesondere daher rührt dass wir ja hohe zinsen im ausland haben insbesondere westlichen ausland und geringe zinsen oder fast immer noch eine sehr sehr niedrige zinspolitik in japan diese zinsdifferenz die spiegelt sich dann in den währungskursen wieder hatte die hoffnung dass sich das wieder aufhebt in dem ja die usa und auch europa jetzt mit schnellen zinssenkungen um die ecke kommen ja das szenario hat sich so ein bisschen verschoben und dementsprechend hat man hier auch etwas gekämpft mit dem wert des nicke ist hier einfach wenn man gefürchtet hat dass es auch hier zinserhöhungen geben muss um ja den wertverlust des nicke in dem fall auch hier zu stoppen ja das szenario aktuell hat sich so ein bisschen wieder gewandelt ähnlich eigentlich auch wie man es in den anderen charts gerade eben gesehen hat aber hier bahnt sich trotzdem so ein leichter ausbruch an abwärtstrend aufwärtstrend man ist so um das alte allzeithoch was wir hier gesehen haben ich habe es in diesem gestrichelten lila ton abgebildet und befindet sich eigentlich in dieser range und auch dahin könnten dann impulse folgen vielleicht auch schon so ein bisschen mit hinblick wie es denn wirklich jetzt mit zinsdenkungen schon mal bei dezb auch aussieht wo hat sich noch was positiv entwickelt ja beim goldpreis auch den haben wir immer mal wieder hier im fokus und dieses zehnjährige szenario was ich ganz am anfang des jahres mal gezeigt hatte das hat sich natürlich jetzt ja sehr sehr schnell sehr positiv hier entwickelt auch allerdings jetzt auch mit einem zweifachen hoch also einem double top und eine information die sich so hier so ein bisschen abzeichnet wird aktuell aber noch gestützt durch den aufwärtstrend und auch durch diese diesen gleitenden durchschnitt allerdings hat man hier charttechnisch doch leichten gegenwind und hier würde ich auch eine fundamentale entscheidung im rahmen vielleicht auch der zinsentscheidungen hier ja positive impulse setzen können und den kurs etwas stützen gehen wir mal rüber zu den news der woche denn auch da hat sich ja so ein bisschen was getan wir haben zwar nicht mehr allzu viele quartals berichte aber es passiert dann doch noch einiges wir starten natürlich mit dem fokus auf dem worüber alle eigentlich gesprochen haben mit in video in dem falle der markt hat ja so ein bisschen gezappelt und hatte leicht angst wie denn jetzt wirklich die quartalszahlen von in video werden man hatte sehr hohe erwartungen viele haben davon gesprochen dass die erwartungen auch wirklich weiterhin übertroffen werden denn investments werden eher hochgefahren weiter in diese datenzentren und in video liefert nun mal fast mit einem 90 prozentigen anteil chips genau für diese datenzentren nichtsdestotrotz hat man schon einen sehr sehr guten kursverlauf gesehen und ja eine sehr sehr positives momentum und die erwartungen waren hoch man sieht sie aber schon sie wurden auch wirklich noch mal übertroffen und der kurs von in video hat sich weiterhin sehr sehr positiv entwickelt jetzt über 1000er schwelle wird sich bald ändern denn es gibt jetzt eine stock split das heißt die aktie von in video wird dann günstiger wieder man kommt also von diesen hohen werten von ja um die 1000 weg 1 zu 10 in diesem fall also man kommt wieder um die hunderter schwellen hier zurück der ist sie hat sich trotzdem sehr positiv jetzt wieder entwickelt also auf ein zu hohes niveau was einfach auch geschuldet ist aus diesen sehr positiven momenten was auch der markt angenommen hat was am ende aber auch natürlich den markt so ein bisschen gestützt hat danach kamen leichte gewinn mitnahmen muss man sagen und auch in diese hohe erwartungen in video waren waren ende so schon kleine ausbrecher in diesem momentum was wir in der letzten woche gesehen haben hat den markt aber wieder wie gesagt sehr sehr schön gestützt und dementsprechend auch das narrativ gestützt dass er die künstliche intelligenz aktuell weiterhin dominanter faktor auch für die profitabilität der unternehmen ist was haben wir hier noch wir haben in dem fall noch mal den grayscale ethereum trust und was wir eigentlich hiermit darstellen wollen ist in dem fall ja die in kurs bewegung von eta oder ethereum in diesem fall und dort haben wir einfach gesehen dass rund um das narrativ wie wir es bei bitcoin gesehen haben und ja neuen zulassungen zu etfs dass das gleiche eigentlich auch ergeben hat bei ethereum in dem falle ist es aber so dass ja man noch ein bisschen was an luft eigentlich nach oben hat während bitcoin ja schon das neue allzeithoch mal erreicht hatte sehen wir hier dass wir ja noch rund 20 prozent an kursgewinn bräuchten um auch wirklich das allzeithoch von ethereum zu erreichen sind jetzt um diese 4000er marke und das momentum scheint da aktuell weiter positiv zu sein haben die zulassung ja als narrativ wurde natürlich von vielen irgendwie genutzt um das gleiche bild wie auch beim bitcoin nach zu handeln auch da ja eigentlich ähnliches thema wer jetzt tiefer in der krypto materie drin ist hat da noch bestimmt den einen oder anderen grund in der hinterhand allerdings ja gibt es der gesamtbranche natürlich aktuell auch wieder etwas rückenwind rückenwind braucht auch so ein bisschen moderner und biontech also das thema ja eigentlich impfungen und ja corona waren ja so die großen themen die beide unternehmen eigentlich getrieben haben danach kam etwas größerer fall weil sich dann das bild doch gebessert hat und man nicht mehr diesen gewinnt treiber hatte jetzt forscht man halt immer wieder an neuen impfstoffen rund um das thema grippe in dem falle haben wir jetzt mal vogelgrippe wir haben natürlich auch krebs und mal es gab einfach positive studien hier und es gab auch so ein bisschen ja dass diese impfstoffe auch in diesen szenarien weiter helfen können das hat die aktie von moderner insbesondere nach oben bewegt und dann auch biontech etwas nach oben gezogen erholung gab es auch bei in der solarbranche in dem falle jetzt deutlich getrieben von first solar aber auch der breiten masse mit viele unternehmen gesehen die wieder deutliche kursgewinne in der letzten woche generell gesehen haben einfach aus dem grund dass man diese datenzentren und deswegen ist das was wir oben an einen positiven impuls gesehen haben auch so wichtig denn dieses narrativ rund um das thema künstliche intelligenz investments was natürlich insbesondere einzelne unternehmen trifft aber in der summe auch den breiten markt trifft das stabilisiert an vielen stellen den markt trotz eines zins narrativ was aktuell vielleicht nicht ganz passend ist und das ist das was sie hier unten gesehen haben in aus der solarbranche denn man sah in den usa ist es insbesondere der fokus darauf dass man sagt wir brauchen so viel energie und die müssen wir irgendwo her bekommen mit fossilen brennstoffen allein geht es nicht also ist die solarbranche als nachhaltigeres und erneuerbar das energiekonstrukt vielleicht der weg den man gehen möchte und ja das hat die branche getrieben weil man natürlich die erwartung global auch dann sieht und hofft dass man vielleicht weg von privaten haushalten alleine insbesondere in diesen branchen dann auch punkte als und solarunternehmen oder gewinne oder umsätze als solarunternehmen erzielen können wir gehen noch mal weiter zu dem thema ermess und lbm also der luxusbranche werden es der solarbranche gerade vielleicht mal wieder gut geht nach einer zeit in der es auch mal eine durststrecke gab sieht es ein bisschen umgekehrt aus bei rms und lbm asch die wurden ein bisschen nach unten gezogen weil es schlechte ergebnisse von einem anderen modehaus in dem fall von chanel gab und die sehen einfach dass man weniger profitabel ist als in der zeit als der konsum dann doch sehr sehr stark war allerdings ist das sowieso sowohl bei rms als bei eurin wasch immer ein meckern auf hohem niveau kurse sind trotzdem relativ stabil und die luxusbranche hält sich in diesem rahmen eigentlich insbesondere bei diesen beiden unternehmen auch noch ganz gut etwas weniger gut lief es dann bei target da sehen wir momentan ziemlich große sprünge obwohl es eigentlich ein einzelhändler ist nach den gewinnzahlen mal eine deutliche verbesserung dann doch wieder unsicherheiten und etwas verschlechterung auch der geschäftsergebnisse in dem falle kündigt target jetzt an seine preise zu senken und das vielleicht doch so ein bisschen was was wir gerade eben in diesen inflationszahl gesehen haben also die güterpreise die sinken gerade aktuell wieder leicht und man möchte die leute so wieder in die läden locken das heißt einfach auch um das geschäft anzukurbeln dieser schritt zeigt natürlich aber auch dass es aktuell nicht ganz so gut läuft und dementsprechend ist die aktie hier und zehn prozent gefallen auch bei reddit lief es mal nicht ganz gut ganz so gut es gibt es ja immer wieder die verbindungen das aktuell ja der wahre content der noch von menschen geschrieben wird gesucht wird man gibt es gibt kooperationen von open ai mit großen zeitungen mit den mit dem times magazin nicht mit allen teilweise klagt man da sie verklagt man sich da gegenseitig auf der anderen seite schließt man da aber partnerschaften also man möchte wirklich den content der von menschen erstellt wird und auch dieser wird bei reddit erstellt auf quasi in diesem forum von menschen erstellt auch ganz gut moderiert und deswegen hat man hier eine partnerschaft ja eigentlich als ein positives momentum auch für die plattform gesehen allerdings muss man sagen dass reddit natürlich auch auf hohen niveaus auch als börsenneuling dann doch mit viel unsicherheiten zu kämpfen hat die aktie hat in dem falle dann zwölf prozent verloren und unsicherheiten gibt es auch sehr sehr stark bei polls da muss man sagen gar nicht so dass es sehr sehr schlechte zahlen gibt aber es gibt hier ja eine verschiebung der geschäftszahlen also eigentlich wollte man im vierten quartal der geschäftszahlen liefern die wurden dann zweimal verschoben dann gab es eine verschiebung des ersten quartals jetzt gab es eine warnung auch von der nestek dass man so langsam mal die zahlen für den jahresabschluss eigentlich mal einreichen müsste und ja nicht eingereichte jahresabschlüsse sind meistens nicht so ein gutes zeichen und dementsprechend hat die aktie hier 36 prozent verloren ja was gibt es noch zu sagen in dieser woche wir haben wie gesagt nicht mehr das hoch aber es gibt trotzdem noch einiges an quartalszahlen über die man sprechen kann die scotia bank noch mal als bank spannender wird es dann aber eher beim thema salesforce und den crm system also für alle die salesforce grundsätzlich nicht kennen es geht am ende hier darum ja dass man gute systeme baut für kundenmanagement auch von firmen das heißt man möchte hier kundenprozesse besser abbilden man möchte dadurch den umsatz steigern dass man interne prozesse im unternehmen einfach kundenfreundlicher macht und den kunden vielleicht auch ins zentrum rückt salesforce liefert da seit jahren software für ist auch marktführer in dem bereich hatte aber eine zeit halt auch zu kämpfen in dem diese investitionen vielleicht nicht ganz so gut gelaufen sind danach gab es wieder einen schwung eigentlich auch positive quartalszahlen im letzten quartal hat also eigentlich den ganz positiven schub allerdings gab es jetzt zuletzt wieder eine leichte konsolidierung hier nach unten es stehen also wieder neue quartalszahlen an für alle die was länger dabei sind ihr wisst diese untertassen hängel formation finde ich immer zumindest ganz spannend um sich an an gewissen kandidaten auch zu orientieren weil es immer kandidaten sind die mal ein positives momentum haben hatten es etwas verloren haben bis aber nachhaltig wieder aufgebaut haben und sich oftmals in einer leichten konsolidierung befinden da sehen wir auch hier beim rsi er war überkauft hat sich dann leicht wieder konsolidiert also mit positiven quartalszahlen ist hier durch auch wieder hier durchaus auch wieder ein schwung nach oben drin wahrscheinlich nicht allzu große sprünge denn meistens kann man ganz gut abschätzen wie sich das geschäft bei salesforce doch entwickelt in der letzten in der vergangenheit gab es da größere differenzen zuletzt hat sich etwas angeglichen allerdings ja könnte das auch ein start schuss hier für ein momentum sein was gibt es noch hp und ihr habt gerade eben auf die übersicht gesehen deswegen gehe ich direkt mal rein auch so ein kandidat wir haben es ähnlich gesehen beim russia 2000 seitwärts verlauf oftmals gegeben oft mit dem versuch nach oben auszubrechen dreimal hier eingezeichnet dreimal gab es diesen versuch jetzt sieht man es hier oben erneut eigentlich an der kante und auch hier wäre es wieder der impuls aus den quartalszahlen der vielleicht den schwung mal nach oben schaffen könnte man muss aber sagen zuletzt waren die quartalszahlen hier etwas gemixt also man hat zwar geschafft eigentlich das unternehmen weiter beständig zu treiben das konsumgeschäft für verbraucherelektronik kann man sagen hat aber etwas gelitten jetzt hofft man ja dass man wieder auf dem schwingen schwung auch auf dem datenzentrum schwung so ein bisschen aufsetzen kann wenn das mehr interessiert wir haben vor ein paar wochen mal eine tiefere analyse zu hp gemacht hier gibt es allerdings wie gesagt die hoffnung dass man mal nach oben ausbrechen könnte die analisten sind aber noch leicht vorsichtig man sieht ja im konsens gibt es hier noch ein hold was natürlich bei diesem chartverlauf auch nicht ganz verwunderlich ist allerdings ja könnte hier auch mal wieder ein ausbruch nach oben anstehen was gibt es sonst noch zu sagen ja wir haben noch ui passt ja ja als gruß eventuell neuer künstliche indigenz gewinner immer auf der piste stand aber aktuell muss man sagen noch nicht so richtig aus dem knick geschafft ähnlich ist auch bei okta das waren eigentlich beides gewinner aus der kobe zeit die ja nicht wirklich wieder in schwung gekommen sind also zumindest nicht aus dem momentum die wir es damals gesehen haben also auch hier etwas kleinere aktien die richtige marktbreite scheint sich hier noch nicht zu manifestieren dafür braucht es wahrscheinlich erstmal etwas günstigere zinsen ähnliches vielleicht auch bei centenel one positiv läuft dafür im konsumgeschäft costco steht ja hier immer wieder im fokus haben wir viele analysen zu gemacht läuft weiterhin kann man sagen sehr sehr positiv auch wenn es leichte korrekturen zwischendurch mal gab wieder ein neuer allzeit hoch und dementsprechend auch wieder spannend für das generelle konsum klima insbesondere was wir bei target gesehen haben wir sind schon leicht über der zeit deswegen kommen wir einmal zum abschluss jetzt bin ich eine zu weit gekommen wir haben diese woche noch ein paar datenpunkte wir haben inflationsraten in japan in deutschland wir haben daten zum brutto inlandsprodukt und wer heute aufgepasst hat der weiß inflationsraten und brutto inlandsprodukte also wirtschaftsentwicklungen sind aktuell fokusthemen deswegen sind sie auch sehr sehr wichtig für diese woche auch wenn wir vielleicht wenig quartalszahlen hatten was steht sonst noch an am donnerstag haben wir aktien roundup wir gucken uns netflix an die als konsumenten ärgern wir uns vielleicht wieder mit neuen preiserhöhungen drohen allerdings ja hat die akt zuletzt deutlich an auf und gewonnen auch wenn es da letztes mal unstimmigkeiten so ein bisschen gab rund um das thema ja des letzten quartals berichts weil man gesagt hat man möchte keine abonnentenzahlen mehr veröffentlichen mal gucken was es also so weiteres gibt bei netflix wir sprechen darüber am donnerstag danach gibt es dann aktienwerkstatt sind die zeiten vertauscht also 10 30 aktien round ab 16 45 aktienwerkstatt wir gucken uns da mal konsumgiganten an gerade eben über costco gesprochen wir bleiben aber diesmal in europa unilever oder nestle da gab es ja konsolidierungsphasen und auch da würde dann eventuell wieder das thema marktbreite auf dem fokus stehen und dann nächste woche haben wir dann markt roundup marktüberblick quartalszahlen handelschancen so wie immer ich verabschiede mich an der stelle vielen dank und bis donnerstag tschüss so Bis zum nächsten Mal.